Jeden Tag morgens super fit und voller Energie aufstehen, den Tag komplett durchziehen und abends alle Aufgaben erledigt haben. Dann noch Zeit für Familie und Freunde. Das ist doch ein sehr schönes Gefühl. Hat mit der Realität bei den meisten aber von uns eher leider wenig zu tun, auch wenn man sich das immer wünscht und vorstellt. Und da ist doch die Frage, wie schaffen wir das eigentlich, eine Getting-Things-Done-Mentalität zu etablieren, aber dabei gesund und fit zu bleiben, also eine gesunde Produktivität zu leben? Ohne zwei Jahre später die Diagnose zu bekommen. Burnout. Um wirklich gesund, produktiv zu bleiben, habe ich in den letzten Jahren sehr viele Gewohnheiten ausprobiert. Nicht alle haben funktioniert, aber ein paar sind geblieben. Und fünf dieser Gewohnheiten, die möchte ich dir auch heute einmal vorstellen. Und Achtung, bleib auf jeden Fall dran, ein, zwei Game Changer werden für dich auf jeden Fall dabei sein. Ich bin Dennis und auf meinem Kanal, da entdecken wir gemeinsam, wie wir uns am besten im 21. Jahrhundert orientieren. Und das Thema Produktivität, das begleitet mich einfach schon seit längerer Zeit. Während meines Medienmanagement-Studiums, da habe ich schon gemerkt, wow, okay, hier muss ich irgendwie Prioritäten setzen. Wenn ich jede Vorlesung mit der gleichen Prio angehe, dann wird es irgendwie schwierig für mich, das zu schaffen. Nebenbei habe ich dann noch mein Startup-Projekt initiiert mit zwei Kommilitonen, was dann zu einer Videoagentur aus über 15 Leuten geworden ist, während des Studiums. Und das heißt, ich war schon relativ früh auch gezwungen, zu priorisieren und zu schauen, okay, wie nutze ich jetzt meine Zeit und was mache ich in dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht. Seitdem fühlt sich Zeit auch für mich an, wie eine Ressource, von der es immer zu wenig zu geben scheint. Tatsächlich muss man ja nicht mal eine eigene Firma gründen, um zu merken, wie schwierig das ist, zum Beispiel einen Job neben dem Studium gleichzeitig zu haben. Oder auch, wenn man dann im Vollzeit-Job schon drin ist. Es kann schon ganz schön schnell mal so aussehen, dass der Kalender gefüllt ist und dass die To-Do-Listen sich überschlagen. Hinzu kommen ja dann noch die privaten To-Dos. Also es kann schon immer ganz schnell auch mal sehr voll werden im Kalender. Hier kommen noch spontan Aufgaben dazu, da noch eine Mail und dann fällt es einem schon sehr schwer, jetzt zu priorisieren. Was ist denn wichtig? Auf einmal ist alles gleich wichtig. Man stolpert von einer Aufgabe in die nächste und der Chef oder der Professor sagt einem, was jetzt gerade als nächstes zu tun ist. Und es ist dann tatsächlich auch so, dass man sich vielleicht produktiv fühlt. Das hatte ich oft in der Vergangenheit, dass ich dann nach einem Tag nach Hause gegangen bin und ich hatte richtig das Gefühl, heute war ich produktiv. Und dann habe ich auf meine Aufgaben geguckt und auf die Bereiche, in denen ich vorankommen wollte und habe gemerkt, oh, da bist du irgendwie dann doch gar nicht so richtig vorangekommen. Und dann habe ich gemerkt, ins Doing zu kommen, das ist eine Sache. Aber das Richtige zu tun, was dich wirklich voranbringt, das ist noch eine andere Sache. Ich nenne das Ganze die Produktivitätstäuschung. Und um sich jetzt selbst zu enttäuschen, da ist es sehr wichtig, sich die Zeit wieder selbst einzuteilen. Und hierzu gilt es auf jeden Fall ein paar Dinge zu beachten. Und da wären wir auch schon bei meinem ersten Punkt. Timeboxing. Wahrscheinlich kennst du das. Du sitzt zu Hause, musst eigentlich lernen oder bist gerade im Homeoffice und du wirst einfach nicht fertig. Aufschieberitis. Oder wenn der Stift auf einmal spannend wird. Du weißt, dass du die Seminararbeit eigentlich bis 22 Uhr abgeben musst oder der Kundin bis 16 Uhr das Angebot zuschicken musst. Und trotzdem wartest du bis auf die letzten Minuten, um das Ganze wirklich in die Wege zu leiten. Die Lösung dafür, eine Aufgabe kostet nur so viel Zeit, wie du ihr gibst. Das heißt, wenn du den ganzen Nachmittag zur Verfügung hast, dann wirst du wahrscheinlich auch diesen ganzen Nachmittag nutzen, obwohl vielleicht das Ganze in einer Stunde erledigt wäre. Hast du nur diese eine Stunde zur Verfügung, dann wirst du alles daran setzen, das auch in dieser einen Stunde zu schaffen. Und hier kommt die Timeboxing-Methode ins Spiel. Bei der Timeboxing-Methode, da sitze ich mir Anfang der Woche bereits Blöcke im Kalender und teile jeder Aufgabe eine feste Zeit zu. Ich starte immer damit, meine Woche zu planen. Und selbst hierfür plane ich mir wiederum Zeit ein. Das mag jetzt im ersten Augenblick erstmal etwas aufwendig wirken, aber tatsächlich spart es langfristig sehr viel Zeit und auch Stress. Denn du beruhigst deinen Kopf, indem du sagst, du musst dir jetzt nicht so viel Gedanken um all das machen, was da jetzt gerade im Kopf kreist, sondern du hast ihm ja eine feste Zeit zugeteilt. Also sagst du deinem Kopf wirklich, ey, chill mal, Dienstagnachmittag, da widmest du dich ja der Aufgabe, also kannst du dich jetzt erstmal auf etwas anderes fokussieren. Und das nimmt sehr, sehr, sehr viel Druck aus dem Kessel. Also, Timeboxing macht die Dinge planbarer, zwingt dich zum Priorisieren und zeigt dir, wie und was eigentlich machbar ist. Also, für mich ein super schönes Ding und ein echter Gamechanger. Und, kleiner Tipp, als ich das angefangen habe, habe ich wirklich sehr optimistisch das Ganze eingeplant und wirklich nur so kurze Zeitblöcke für die einzelnen Aufgaben eingeplant, weil ich so viel schaffen wollte. Also, sei nicht zu optimistisch, sondern lieber erstmal ein bisschen pessimistisch mit der Zeitanteilung. Das ist dann motivierender, als wenn man das Gefühl hat, man schafft das nicht. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist. Und zwar, in den meisten Self-Help oder Self-Development-Videos geht es immer sehr stark um das Individuum. Und ich glaube aber, dass diese Gewohnheiten und auch dieses Timeboxing, dass das auch in unseren sozialen Beziehungen ziemlich gut tun kann. Weil, ich hatte öfter das Problem in der Vergangenheit, dass mir einfach Gedanken in den Kopf gerauscht sind, auch wenn ich mit meinem Gegenüber im Gespräch war. Und mir war es aber eigentlich immer wichtig, meinem Gegenüber zuzuhören. Und manchmal war es aber einfach nicht möglich, ohne dass ich dagegen irgendwie was tun konnte. Sondern sie waren einfach da, oh, ich muss ja das und das noch machen. Und so dieses Zeit dafür nehmen, den Dingen eine Zeit zu geben, also auch mit dem Timeboxing unter anderem, hat auch geholfen, mehr präsent zu sein und mehr bei meinem Gegenüber zu sein. Weil mein Kopf weiß, hey, ich habe ja die Zeit später dafür, ist eingeplant, alles roger. Und natürlich gelingt mir das noch nicht immer. Aber wenn ich abschweife, dann versuche ich trotzdem den Fokus wieder zu finden. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, hier einfach nochmal kurz zu sagen. Es tut nicht nur dir gut, sondern auch vor allem, wie du in sozialen Beziehungen bist. Und genau, deswegen mache ich das ja auch so gerne. Es geht nicht nur um uns selbst, sondern es geht auch darum, wie interagieren wir mit unserer Umwelt. Das nur nochmal kurz so als Einschub. Ich bin kein Verfechter davon, jede Minute seines Lebens immer effizient und produktiv nutzen zu müssen. Es gibt auch einfach Tage, da hat man nicht so eine Energie oder braucht einfach Impulse von außen. Trotzdem, wenn man eine Aufgabe oder ein Projekt so richtig voranbringen will und auch fokussiert sein will und vielleicht auch mal in den Flow kommen möchte, dann gilt es vor allem eins. Push-Benachrichtigungen, Notification-Sounds und auch die Vibrationen vom Smartphone stelle ich in dieser Zeit komplett aus. Generell habe ich in den letzten Monaten Push-Benachrichtigungen vom Smartphone immer weiter zurückgefahren. Und das hat vor allem den Hintergrund, dass ich das beobachtet habe bei mir, dass ich dann zum Beispiel nach der Uhrzeit gucken wollte. Und dann wurde ich aber schon mit den WhatsApps oder Mails und so weiter konfrontiert, ohne dass ich das richtig wollte. Und dann bin ich schon raus aus meinem Flow. Und jetzt ist es viel schöner, denn ich kann mich aktiv dazu entscheiden, mich mit einem Inhalt auseinanderzusetzen, ohne dass ich damit konfrontiert werde, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel im Doing bin. Hier noch ein paar Dinge, die ich nach und nach verbannt habe. Die Zahl der ungelesenen Notifications auf den App-Symbolen, 939 Mails, gibt ein geileres Gefühl. Tap-Hopping. Einmal kurz ein Keyword recherchieren und auf einmal landet man im Wikipedia-Nirvana. Social Media. Tatsächlich gibt es Tools, die es dir erlauben, diese Seiten auch auf deinem PC zu sperren. Ich nutze da zum Beispiel das Programm Cold Turkey, was so viel bedeutet wie kalter Entzug. Da ist dann Abdriften auf Facebook, Instagram oder Co. auf jeden Fall während der Arbeit nicht mehr drin. Egal wie gut du darin bist, Ablenkung zu vermeiden und im Flow zu versinken. Auf eine Sache sollte keiner von uns verzichten. Pausen. Phasen der Pausen sind für mich Phasen der Ruhe und Inspiration. Und das wird auch immer schwieriger, diese Phasen einzubauen, je voller unsere Kalender und To-Do-Listen werden. Aber auch umso wichtiger. Hier kommt auch wieder die Timeboxing-Methode ins Spiel, denn ich versuche mir die Pausen auch immer direkt im Kalender zu blocken. Mein Energieboost, den hole ich mir zum Beispiel gerne durch einen kleinen Spaziergang. Da kann man einfach mal kurz wirklich abschalten und die ganzen Projekte, Ideen und Gedanken einfach hinter sich lassen und auch neue Inspirationen schöpfen. Neue Energie geben mir auch inspirierende Gespräche. Zum Beispiel mit Menschen auch hier im Coworking-Space, in dem ich arbeite. Oft nimmt man sich nicht die Zeit und enthangelt sich so durch die nächsten Stunden, obwohl man vielleicht auch viel schneller sogar fertig sein könnte mit etwas. Und dann stelle ich mir so die Frage, keine Pause machen und dann aber vielleicht den ganzen Nachmittag irgendwie durchhängen? Oder vielleicht lieber nochmal 10 Minuten spazieren gehen und an einer Stunde fertig sein? Ein echter Gamechanger in den Pausen, statt dem sechsten Kaffee, ist tatsächlich ein fettes Glas Wasser. Viertens, Perfektionismus ablegen. Ich kannte mal jemanden, der spielte unglaublich gut Gitarre. Und der übte, übte, übte wie ein Weltmeister. Und viele Freunde haben mir auch schon gesagt, dass er wahnsinnig gut spielt und dass er das unbedingt mal irgendwo öffentlich machen sollte. Irgendwo mal vor einer Menge Spielen oder vor Leuten. Und ja, was soll ich euch sagen? Er hat es tatsächlich nicht getan. Er hat sich noch nicht ready gefühlt und er hat sich noch nicht gut genug gefühlt. Und tatsächlich hat er so diese große Leidenschaft, bis Stand heute, nie richtig ausleben können, da er immer diesen blockierenden Glaubenssatz hatte, er sei nicht gut genug. Und das ist doch eigentlich schade, weil wir Menschen, wir haben so viele Potenziale und sicherlich hast auch du etwas, was du so gut kannst. Und das einfach zu nutzen, vielleicht auch schon mal nach draußen zu gehen und sich auch Feedback zu holen und damit auch besser zu werden. Das ist ja so ein stetiger Prozess, wir entwickeln uns alle weiter. Ich glaube auch noch nicht, dass ich die besten Videos mache, aber ich möchte es trotzdem einfach versuchen. Ich möchte hier gemeinsam auf eine Entdeckungsreise mit euch gehen und währenddessen das Ganze irgendwie weiterentwickeln. Genauso ist es halt auch bei der Produktivität. Wenn man also seine Aufgaben, seien es nur die Kleinsten, die vielleicht gar nicht so eine hohe Prio haben, immer mit einer perfektionistischen Haltung versucht zu erledigen, kommt man natürlich nicht voran. Und je mehr man das lernt abzulegen, desto besser. Bei mir war es zum Anfang tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Bei meinem ersten Startup-Projekt, da haben wir so eine App entwickelt. Und da habe ich zum Anfang jede einzelne Button-Farbe, jede einzelne kleine Schrift, jeden einzelnen Text sehr stark unter die Lupe genommen und das, obwohl es noch gar keine Nutzer gab, die uns Feedback geben konnten. Und so hat man in seinem kleinen Kämmerlein entwickelt und sich selbst ausgebremst, obwohl man erstmal hätte ja auch das Ding fertig entwickeln können, rausgehen können und mit dem Feedback der Nutzer das Ganze viel schneller und vielleicht auch viel näher am Nutzer hätte weiterentwickeln können. Und genau das habe ich damals auch gelernt und das versuche ich jetzt auch hier zu etablieren, in den Dingen, in denen ich versuche besser zu werden, genau diese Haltung nicht mehr zu haben. Denn, done is better than perfect. Gratis Nachhilfe geben, bei der Arbeit Überstunden machen, für Oma einkaufen und Freunden beim Umzug helfen. Man will ja da sein für sein Umfeld. Und irgendwann habe ich tatsächlich zu allem Ja gesagt. Ich wollte ja nicht derjenige sein, der nicht hirschbereit ist. Und ich wollte auch nicht derjenige sein, von dem man immer sagt, der hat keine Zeit, der nimmt sich keine Zeit für uns. Ich wollte ja der sein, der für alle da ist. Was ich dann herausgefunden habe, ist, dass es gar nicht so wichtig für die Menschen ist, dass man selbst Teil der Lösung ist. Natürlich, wenn es um den Gefallen geht, wirklich zwischen engen Freunden, dann ist das was anderes. Oder zum Beispiel bei der Oma, wenn man da beim Einkauf helfen will. Da freut es sich natürlich, wenn der Enkel mal vorbeiguckt. Aber zum Beispiel bei der Arbeit, da ist der Chef ja nur daran interessiert, zum Beispiel gewisse Zahlen im Quartal zu machen. Und da ist es nicht so wichtig, dass du das machst. Oder bei der Nachhilfe. Nachhilfe kann auch wer anders geben. Und so ist es vielleicht auch beim Umzug. Das kann auch wer anders übernehmen. Und ich glaube, dass es tatsächlich oft so ein Fall ist, wo die Leute eigentlich nur an einer Lösung ihres Problems interessiert sind. Zum Beispiel kamen Bekannte auf mich zu und meinten, hey Dennis, du kannst doch designen. Erzähl mal, was braucht ihr denn? Ja, wir brauchen ein Hochzeitsalbum. Kannst du sowas gestalten? Und in so einem Fall sage ich, hey, das ist tatsächlich etwas, wenn ich das angehen würde, dann würde ich dafür auch Zeit investieren wollen, damit das auch schön und ordentlich wird. Und wenn ich gerade aber nicht die Zeit habe, dieses Hochzeitsalbum zu designen, dann kann ich aber zumindest eine Seite empfehlen, wo das zum Beispiel viel einfacher geht, dass sie das selber in die Hand nehmen können. Oder ich empfehle einen Freund, der sogar noch vielleicht viel designaffiner ist und der das dann machen kann. Das heißt, ich muss ja nicht immer Teil der Lösung sein. Das ist ein absoluter Gamechanger. Für mich ist das Ergebnis gesunder Produktivität nicht mehr zu lernen oder mehr zu arbeiten, sondern klüger. Ja, zudem möchte ich sagen, wir leben in einem System, in dem der produktive Mensch oft mehr wert scheint als der unproduktive Mensch. Ich finde das schwierig und glaube, dass keiner von uns unter Druck gesetzt werden sollte, ständig wie eine Maschine funktionieren zu müssen. Hinzu kommen auch noch solche Themen wie psychische Krankheiten, unsere Quarter-Life-Crisis statt der Midlife-Crisis, die vielleicht schon in den 20ern beginnt. Das sind verschiedene Aspekte, die natürlich Einfluss haben auf unsere persönliche Produktivität im Alltag. Lasst euch da nicht so sehr unter Druck setzen. Mich würde am Ende noch interessieren, welche Gewohnheiten lebst du eigentlich bereits? Und vielleicht auch, welche kannst du noch empfehlen? Schreib das gerne unten einmal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleib gesund und gelassen und bis bald. Bleib gesund und gelassen und bis bald.